He's back. Arnold Schwarzenegger ist wieder in Österreich. Der Anlass ist der Austrian World Summit. Bereits zum fünften Mal lädt der Hollywood-Schauspieler zu dieser Klimaschutzkonferenz in Wien. Unter dem Titel Gesunder Planet, gesunde Menschen diskutieren prominente Gäste über die Zukunft des Klimaschutzes. Arnold Schwarzenegger lädt zum fünften Mal rund 350 Vertreterinnen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft nach Wien, um über Klimathemen zu diskutieren und Lösungen vorzustellen. Unter dem Titel Healthy People, Healthy Planet, gesunde Menschen, gesunder Planet werden unter anderem Reden vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekommissionspräsident Franz Timmermans erwartet. Auch Arnold Schwarzenegger ist heuer wieder persönlich vor Ort. Live zugeschaltet werden die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie die Primatologin Jane Goodall. Die Initiatoren des österreichischen Klimaschutzvolksbegehrens kritisieren im Vorfeld zum Gipfel, dass die Regierung immer noch kein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt hat, obwohl dies bis zum Sommer versprochen wurde.